Willkommen zu unseren fünften Kalender Türschienen. Und wir machen das mal auf. Und was haben wir drin? Appower Miro Vollversion. Okay, was ist denn das? Hier ist ein Code. Schön, dass man sich nicht mehr irgendwo anmelden muss. Ja, auf gut Deutsch ist das ein Programm, wo man halt von sein Android oder iPhone Bilder und so auf sein TV ziehen kann oder PC. Dazu muss ich mal wieder sagen, es ist Software, was man nicht braucht, weil es gibt, beispielsweise für ein Android, ich habe ja Android Tablet und so, es gibt eine Software, die ist komplett kostenlos und die unterstützt alles. Und die Software ist einfach iMediaShare. Damit könnt ihr alles, wirklich alles auf euren TV ziehen. Dafür braucht ihr nicht so eine Software. Aber okay, wer halt ein iOS-System hat, kann das gerne benutzen oder iPhone oder sonst was. Ebenfalls alle, die ein Android haben, die werden bestimmt ein Mediashare kennen. Und damit kann man auch wirklich alles streamen und das ist kostenlos. Also heißt das in Umkehrschluss, es ist mal wieder Mist im Kalender drin. Na, mal gucken, was morgen drin ist. Morgen ist ja Nikolaus. Mal gucken, ob sie da wenigstens etwas Sinnvolles drin haben. Also das einzige Sinnvolle, was ich bisher gesehen habe, in den ganzen Kalender war der Erste. Das war das Ding. Aber den ganzen Rest, naja, den kann man nie trost, als in eine Tonne kloppen. Erstmal. Okay, na dann, bis morgen zum Nikolaus. Tschüss.